Du hast eine E-Mail an Schwester um Yunis geschickt. Genau, ja. Richtig. Und du bist überzeugt vom Islam? Ja, sehr überzeugt. Sehr überzeugt. Darf ich mal fragen, was dich überzeugt hat? Ja, ich bin eigentlich hauptsächlich mit Türken zusammen und dann redet man viel, man erfährt viel und ich habe auch viel im Internet gelesen, also alles zusammen praktisch. Logisch und überzeugend. Ja. Das sagt Allah im Koran. Ja, okay, dann machen wir das gemeinsam. Ja. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Ja. Und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Genau, ja. Alhamdulillah, jetzt bist du Muslim geworden. Toll. Alhamdulillah. Alhamdulillah, du hast geschrieben, dass du krank bist. Ja. Ich bin fast blind und ich kann auch nicht lange gehen. Möge Allah dich heilen, Schwester. Dankeschön. Aber ich bin jetzt gerade so überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Untertitelung des ZDF, 2020